Das Spiel gegen den FC Barcelona, das zweite Champions-League-Spiel, das erste Heimspiel in dieser Saison. Klar, bekannt ist, dass Lionel Messi wohl nicht zur Verfügung steht beim FC Barcelona, was natürlich sehr schade ist. Ich finde es in jeglicher Hinsicht schade. Ich finde es sportlich schade. Ich finde es schade, dass unsere Spieler, unsere Jungs nicht das Erlebnis mal haben, gegen Lionel Messi zu spielen. Auch für die Fans im Stadion. Schade, dass sie diesen Weltstar einfach nicht live erleben können. Und ich würde auch sagen, es ist kein sportlicher Vorteil, dass Messi nicht dabei ist, weil unabhängig von Messi ist da immer noch eine unglaubliche Qualität, die Barcelona hat. Sie haben es jetzt auch in La Liga gezeigt, dass Adar Turan da wirklich nahtlos reingehen kann und die NSA-Fraktion bietet. Und von daher sollte man sich da keine Illusionen machen, dass die Mannschaft irgendwie geschwächt ist. Sicherlich ist vielleicht mit der beste Fußballer der Welt nicht mit von der Partie. Aber ja, Barcelona ist wahrscheinlich eine der Mannschaften, an denen sich jede Mannschaft messen muss und die man besiegen muss, um auch die Champions League zu gewinnen. Und ich glaube nicht ganz, dass das die Ambition von Borussia ist. Aber trotzdem bin ich mal gespannt, was man, vor allen Dingen wie man auftritt gegen Barcelona. Interessant wird es auch sein, ob Raphael zur Verfügung steht. Meine Einschätzung ist jetzt mal, er ist dabei. Nicht, dass er jetzt gegen Ingolstadt wirklich geschont wurde, aber ich glaube, er war noch nicht bei 100%. Ich glaube, wenn es um alles gegangen wäre, dann hätte Raphael auch auflaufen können gegen Ingolstadt. Ich glaube, jetzt gegen Barcelona wird er sein Comeback feiern. Gut, inwiefern das dann zu unseren Gunsten ist. Sicherlich hat man dann absolut klasse Spiele noch auf dem Feld, der auch vielleicht mal im 1 gegen 1 den einen oder anderen Abwehrspieler selbst vom FC Barcelona ein bisschen schwindelig spielen kann. Nein, aber ganz allgemein, genau das sind die Spiele, die Borussia eigentlich sich immer gewünscht hat, in der Champions League gegen den FC Barcelona zu spielen, sich wirklich mit den Größten der Welt zu messen. Und deswegen ist es einfach jetzt eine tolle Erfahrung für die Mannschaft, das zu tun. Man sollte natürlich nicht wie das Kaninchen vor der Schlange Angst haben und sich überrennen lassen. Ich denke, auch im Borussia-Park wird das definitiv nicht passieren. Was erwarte ich für ein Spiel? Ich erwarte eigentlich ein temporeiches Spiel, ein gutes Spiel. Ich erwarte auch einige Tore. Ich hoffe, dass sie auf beiden Seiten fallen, bzw. ich hoffe, dass sie eigentlich nur auf unserer Seite fallen. Aber ich glaube schon, dass es sehr schwer wird, das Spiel zu gewinnen. Aber man sollte so gut dagegen halten wie möglich. Und wer weiß, an einem schlechten Tag vielleicht kann man einen Punkt mitnehmen, der natürlich für die Gruppe enorm wichtig wäre im Kampf um Platz 3, sage ich jetzt mal ganz offen. Und ja, ich würde mal sagen, dann lassen wir uns einfach überraschen.